das war anstrengend was ist schon das was war das jetzt hallo das war anstrengend das hier eine waffe da war eine waffe was macht das alter das so ein handschuh dingens alte wie cool nur durchleben kurz was macht das grafik irgendwas powerfully die kommt ja cool nahkampf nice alter also nie gesehen das hätte ich lange ok cool ich hoffe es geht nicht kaputt oder so nahe zeit das könnte durchaus leider passieren ich weiß nicht ob die hier so eine abnutzung haben so ich hoffe dass der typ mich davon jetzt nicht schlägt ja ich möchte da keine durch hallo du du bist doch nicht böse auf mich oder ich darf doch hier einfach vorbei ja er ist nicht gut so wie war auch mal zu ließ gewesen oder ich mich da nein ich bin schade hallo ich brauche noch mehr sachen aber sehr gute und wir haben schon direkt waffen gefunden was das sieht aus wie ein recycler das bringt mir also was ich brauche kommt hier rein das gibt mir luchs sehr cool ich mich ein bisschen am fuhr weil wie sagt lauen so kleine sachen waren was machen die neuerung schon kann natürlich schritten ob schon hey du okay so geht das jetzt aufgeladen gerade kommt schon hat auf europäische energie aber was hat mich noch getreten was hat das denn jetzt für eine range wirklich das wird leider immer mit dem schaden machen aber der hat uns zu glück nicht so viel schaden gemacht okay hallo was ist das alter riesen fette flasche die wir aufhören können junge was haben wir dann gerade aber trotzdem keine energie für das ding kann man irgendwie strom geht das besser so er ist eine stromanzeige ich meine muss ja eigentlich irgendwo strom die zeit warnings notifications nichts ich kann die energie angezeigt wird die ich brauche egal wir brauchen trinken ja da können wir auch mal fett das noch trinken schaue noch mal nach ja es ist okay war der jetzt voll cool kann ich zu oft einfach so schlagen mit dem ding weil es kostet energie unnötig hoch das ist nämlich aber gut warum nicht so lange am etablet haben nicht alles mit das ja teil mit eine barrikade bauen kann ein tutorial cool ich kann mich ja noch gar nicht weil die andere hatten wir schon gehabt er um das hin zu bauen klar ok themen switch mode zu gehen bild mode zu gehen mit muss was wird kurz roter scrollen um halt dadurch zu scrollen klar mittel und was zu uns auszuwählen und dann zum placen ok next nein zurück wo sind eigentlich die bilder dafür portransmitter klar ich weiß damit das ist halt die energie lieferung der schildpeil aufgesammelt informationspuls wenn der holding die ivg holt er zu scannen ok any bild able hit by the pulse ok ja wenn wir dann sehen ja bekomme alles an alles gut hoffe ich ok dann geht weiter ich kann man dann t und dann mal machen kann man ja noch bisschen geld immer gut die viel neu ist hier drin voll geil von 50 galt ist hier schön das leben sehr gut du musst da mal weg du scheiße ich muss da mal lang es gibt irgendwas cooles ja ich muss leider bekämpfen na dann drauf da das hat gut schaden gemacht glaube ich was dauert halt geht zu schlagen oder das macht leider nicht so viel schaden na dreimal ok 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 hallo hast du dabei geld 130 was drin apfel so hacken das muss ich schaffen ok also einmal ganz easy das hier und dann oben das ding das hier würde ich sagen hier ist es einmal das hier und so komisch das könnte sogar waren ja cool alter nano flex armor das ist die neue die ganze aber ich habe schon nie gesehen was können neue armor könnte sie sein eine leichte erscheint klar oder schatz pieces ok ja cool 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 pick up alt haben wir die lack gerade freut mich total ich würde es gerne sehen so eine dritte person wasser ist wenn man so unsere rüstung mal sehen aber ich glaube das ist nicht eingebaut und war doch gar nicht ob so oft reinkommen soll aber gut cool hat sich voll gelohnt da können wir eigentlich was bringt das einiges nehmen wir mal mit wo war ich schon so aber ich würde dann auch noch eine frage keine ahnung wir werden sehen nein gut probleme ist dass wir auch sehr schnell steppen im spiel also wenn man auch passt das heißt wir sind eigentlich nicht zu früh freuen dann machen wir auf ja ist die suche als der grundschlotte weil es hat viele vieles neues gibt ist klar okay können wir das dinge auch ja darum kommt mir jetzt gut dass das so angezeigt wird ja kommen wir fressen müssen noch essen trinken hier fette sandwich ist viel zu gut tomaten apfel und auch noch gut geht erst mal mehr wie folgt das nicht um so besser regenerieren wird auch noch denke ich mal mal gelesen zu haben von noch kurz gucken welchen zwei sekunden oder so über wasser und andere ist halt ausdauern konnte hier ist doch irgendwo viel egal gibt es irgendwas cooles aber das was wir schon kennen hat er jetzt gibt es hier was cool ist ja cool aber ich habe gewonnen wie sei klar ist wenn wir zu viel haben wir abschmeißen wollen was wir gar nicht verbrauchen wir auf am meisten cool auch immer was energie kapazität mehr und so weiter damit haben wir auch unsere hand hier braucht wo alle noch einmal oder so dass das ding ist vielleicht nur mal schlager ja dann brauchst du es nicht ja gut aber hier schon raus wie gedacht wieder hoch oder ja ich will recht schnell zu gewissen kommen wobei aktuelle waffen haben deswegen aber keine gute waffe schon wieder so nach einfach eine richtige waffe will ich haben zusätzlich das wäre schon geil wir brauchen dringend mehr energiezellen um auch die dieser hand aufzuladen den hand schutz zeugs nein gut können wir strom machen mach mal hier fett power wieder früh power ja man könnte hier sonst nichts ne ok hallo ich glaube ich finde ich gut ja ist gut ist cool ist sie noch hier leben ein paar von robotern und cool ich habe gerade nicht so wirklich energie im auch aus der grad nehmen wir schon war gerade so trick trick ich dachte wäre jetzt irgendwas schlimmes aber näher anscheinend nicht und hier schon kaufen das ist natürlich dann verlockend kann man halt überhaupt nicht leisten nichts nichts was hier abgeht nein 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 du siehst mich nicht weil die sind stärker ich will nicht sterben jetzt das wäre sehr ungeil ich will gerne hinter der Theke ich glaube ich gehe direkt hoch oder komm scheiße hier drauf ich habe keine zeit zum hacken wir laufen über die viecher rum was bist du ist aber irgendwas drin jetzt will ich das natürlich haben da sind wir drin schnell 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 das hier braucht so eine gute zucker nach oben das hier noch drei stück wird mich verarschen das ist richtig das ist nicht richtig zick das könnte das hier sein ja und hier ist es aus dem weg kommt wie ich die wehe alter ja auch glaubt ja was bist du was ist das ich auch gesammelt habe das hier ich glaube lightning irgendwas oh mein licht geil was sieht cool aus hoch c ach koffe im menü stimmt ich bin noch ein bisschen bestellung darüber fragt so nein ok und weiter dafür ist die paula zu gefahren das ist jetzt hoffen noch recht dunkel ja wir hatten die und energie ich wieder aufmachen hier unten ich würde nichts unnötig verplempern schön langsam gehen wir direkt hoch und kommen wir auch noch mal energie anschalten echt total da ist es los und sogar noch gefunden ja du willst du auch schnell noch nicht klar ok schnell schnell ich will nicht noch hinterfolge irgendwie da hoch und raus was ist ausdauer zeugt glaube ich wenn ich nicht mehr so viel mit hat das oder nein das ist ungeil wir müssen es mal eine kiste bauen oder so das geht noch jetzt gerade ungünstig ich mach mal keinen nicht an da ist ein roboter wenn ihr uns jetzt noch ähm böse sind oder sind die friedlich das ist hier die frage so können wir direkt raus ich würde gerne mal hier reinschauen da sind ab und zu schon coole sachen drin was ach komm ich hab kein code dafür oh man also es finde ich gut dass wir das so gelöst haben aber irgendwie halt auch nicht ich würde mich jetzt rein 257 los ho 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 da ist so läuft aufzug nicht gehen einfach raus hier wird irgendwann mal gefangen nehmen bei den wachbots haben wir bisher glaube ich noch nicht gemacht oder ich glaube ja nicht auf damit was so scheiße dunkel habe ich noch keinen strom verschwenden sei ich nach draußen ich hoffe nicht habe ich alle für alle für den hier vorne mitgenommen wahrscheinlich nicht nach aber sehr egal ich will jetzt hier ich will jetzt hier coole sachen finden gibt man ein bisschen licht her ja wo sind wir sieht hier ein bisschen anders aus normal oder ein bisschen geändert eine singuläre kode wurde von eden 33 heute nahe nach hallo es sagte tarsus aber das war alles ich war nicht sicher was mit der information zu tun wir haben ein bisschen platzprobleme hier trinken wir die schatten und der platz viel zu viel platz weg ja fast voll geil kaffee mit gut jetzt hier vorsichtig richtung ausgang ob es sind hier irgendwo gegner das licht das kenne ich mich was ist das ich kann man alle zerlegen moment nein oh entschuldigung ich muss kurz mal zerlegen weil sieht irgendwie wichtig aus was ist das hier wir waren so der ist mir gehört warum denn immer das zeug ey so dass sie auf jeden fall dann das hier dann was mit leute geht es an die offene die dinger kennt ne die zeichen das hier dann brauchte ich den kunden haken da oben noch das hier leider nicht so mittlerweile geht es keine ahnung was das hier war das fett illegal das ding auf jeden fall macht das keine ahnung ich weiß nicht irgendwie noch hier einlagern können wir nicht dann das ist hier scheiße auch kommt wird schon nicht wichtig sein wenn doch dann vielleicht irgendwann erfahren was hat für ein lautes geräusch alter what the fuck war von laut ok ähm gut leute das war auch erstmal mit der folge hier gewesen nächste folge müssen wir schauen wir irgendwie rauskommen und überleben auf jeden fall ja guck mal was da so schönes noch finden und ob wir uns ein bisschen base aufbauen können wenn wir mal richtig ein richtiger weißt du nicht mal so ein kleines ding was dann update dann wieder weg ist ich weiß eh nicht ob das nächste update dann wieder alles resettet wird ich hoffe nicht kann ich so jetzt noch nicht sagen kann ich das kann ich cool in der tat ist voll und ähm ja damit auch dann die volle zu Ende na komm wir scannen noch kurz hier fertig und wir haben jetzt den bereich abgeschlossen das ist cool ähm kann ich aktuell aber nicht mitnehmen schade gut leute dann dankeschön fürs zusehen und tschüss und bis zur nächsten folge von Pamela bis zum schade bis zum bis zum Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020